Sie nennt diese Kabarettistin, die unappetitliche, ne? Valeska Geert. Du sagst doch, ach nee, das waren die Katzen, die so rochen. Ja, dann zieh sie gar nicht erst an. Ja, gut. Du musst dir eine Praderhose, die passt auch. Ja, ja. Ich zieh sie eigentlich, ich zieh sie von Orwell, ich darf sie auch geteilt. Von Orwell? Orwell. O-R und dann Well. Ist das H&M? Nee, das ist das. Ich weiß gar nicht, ist die aus Volle? Ich weiß gar nicht, ist der Löse ist. Wenn nicht, will ich mal她? Kids haben, wie wir mal Majifest , Vielen Dank.